Sie sind hier, 30. August 2018, 20.20 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Anastasios Donis ist für die Nations League nominiert, Urheberrecht, Getty Images, Anastasios Donis vom VfB Stuttgart ist für die griechische Nationalmannschaft nominiert worden. In der Nations League geht es gegen Estland. Anastasios Donis vom VfB Stuttgart steht im Aufgebot der griechischen Nationalmannschaft für das Spiel in der Nations League gegen Estland, 8. September, 20.45 Uhr, die Nominierung nahm Auswahlcoach Michael Stiebe vor. Unter den 23 Spielern befindet sich auch der ehemalige VfB-Verteidiger Sokrates, der im Sommer zum FC Arsenal gewechselt war. Verletzungsbedingt müssen die Griechen auf die Bundesliga-Profis Kostas Stafailides, FC Augsburg und Panagiotis Rezos, Bayer Leverkusen, sowie Kyriakos Papadopoulos vom zweitligisten Hamburger SV verzichten. Von Sportinformationsdienst Unw perfectionitionen